Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und Miss Claire, was können Sie mir noch über sie erzählen? Sie leidet an einer ungewöhnlichen Krankheit Er spricht mit ihr, aber durch eine verschlossene Tür Eine verschlossene Tür? Soll das heißen, er hat sie noch nie gesehen? Nicht nur er nicht, keiner Sind Sie hier, Miss Ibbetson? Man kann alles fälschen, Virgil Warum gehen Sie mir so konsequent aus dem Weg? Ich bitte Sie, bemühen Sie sich nicht weiter an meinen Angelegenheiten Stellen Sie mir Ihre Auslagen in Rechnung Guten Abend Claire, was ist los? Was ist passiert? Wie ist das, mit einer Frau zusammenzuleben? Genau wie an einer Auktion teilzunehmen Sie wissen nie, ob Sie das höchste Gebot abgeben Wenn man meint, man hätte es bei einer Frau geschafft Hat man schon den Überblick verloren Ich muss Sie sehen Gehen Sie! Claire! Claire! Hilfe! Wer ist es wirklich? In jeder Fälschung verbirgt sich auch etwas Echtes Das ist es, mit einer Frau. Ich bin dieser Fälschung verbirgt sich auch etwas Echtes